Die Dinge sind ganz schön glitzig. Sie sind schwappelig. Das wollte ich niemals im Mund nehmen. Sie sind ja fast so eklig wie Regenwürmer und Natschnecken. Die Dinge schmücken nicht sehr appetit. Also sind nicht sehr appetit. Nein, sie sind aus 99% aus Wasser. Sie schwimmen sehr komisch. Also irgendwie so, als würde man mit der Hand so machen. Und das ist ziemlich eklig, wenn jetzt mal da vorne ein Mädchen steht und ich habe diese Dingsbums in der Hand und ich werfe die damit ab und das geht hier hinten rein. Das ist halt ziemlich blöd. Ich habe schon mal mit meinem Papa mit den Dingens eine Schlacht gemacht. Und einmal habe ich meinen Papa voll aufs Auge getroffen. Mit dem Dingsbums. Mit dem Dingens. Es sah sehr lustig aus, er ist sofort nach unten getaucht und dann hat er mich hier so richtig getroffen. Das war nämlich so eine große. Mir ist einmal eine in die Hose geflötet. The dog hier. Das ist das. Ich habe eine in die Hose geflötet. Das war übrigensik. Als würde ich die Hose gewöhnt die G